Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es wieder mal um so eine Art Entscheidungsbaum, aber im Prinzip ist es was komplett Neues und funktioniert auch ein bisschen anders wie die letzten Algorithmen und die letzten Bäume, die wir gesehen haben. Deswegen hat es seine eigene Serie gekriegt, das ist auch mega wichtig. Und ja, die Rede ist von den Hidden Markov Modellen, aber bevor wir uns den Hidden Markov Modellen zuwenden, wollen wir uns erstmal die diskreten Markov Modelle, beziehungsweise auch oftmals Markov Ketten genannt, anschauen. Okay. Wir haben hier mehrere Zustände, im Prinzip haben wir am Ende einen Graphen, der kann natürlich auch mehr als drei Zustände haben, aber wir hatten letztes Mal so ein schönes Beispiel mit Sonne, Wolken, Regen. Das möchte ich gerade mal beibehalten. Sagen wir, hier oben steht Sonne drin, da haben wir die Wolken und hier den Regen. So, und jetzt können wir Übergänge einzeichnen, das ist ja ein Graph. Und jetzt können wir hier die Übergänge zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass nach der Sonne Wolken kommen? Wie wahrscheinlich ist es, dass nach den Wolken Regen kommt? Aber auch, ganz wichtig, wie wahrscheinlich ist es, dass nach den Wolken nochmal Wolken da sind und nicht alles sofort wieder weg ist? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass nach der Sonne, hier, auch wieder, oh, das ist aber ein arg übler Pfeil. Okay, tut mir leid. Egal. Die muss ich leider von Hand zeichnen hier. Wie wahrscheinlich ist es, dass nach der Sonne wieder die Sonne scheint? Da muss man dann natürlich sich überlegen, wie möchte man seinen Intervall definieren? Also zum Beispiel eine Stunde oder zwei Stunden, wie möchte man das machen? Ist immer so eine Frage. Wird häufig übrigens in der Spracherkennung benutzt, diese Hidden Markov-Modelle? Das ist jetzt noch kein Hidden Markov-Modell. Aber Hidden Markov-Modelle wurden oder werden sogar noch in der Spracherkennung stark benutzt. Und deswegen sind sie sehr wichtig. So, nach dem Regen kann natürlich auch wieder Wolken kommen. Nach den Wolken kann wieder die Sonne kommen und so weiter und so fort. Okay, jetzt gehen wir hier mal die Wahrscheinlichkeiten an. Ein paar brauchen wir. Sagen wir mal, nach der Sonne scheint die Sonne. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Aber, dass es nach der Sonne regnet, ist jetzt nicht so sehr wahrscheinlich. Da machen wir dann 0,01 draus. Und hier bei den Wolken sagen wir 0,09. Denn wir müssen hier insgesamt auf 1 kommen. Also alles, was von der Sonne ausgeht, also der Pfeil, der wieder auf die Sonne kommt, geht auch von der Sonne aus. Von der Sonne geht es auf Wolken, von der Sonne geht es auf Regen. Ups, das ist natürlich dann am falschen Pfeil hier hoch muss das Ganze. Und ja, insgesamt muss die Summe von den Dingern hier 1 ergeben. Genauso natürlich bei denen, die von den Wolken ausgehen. Also der Pfeil, der und der hier, die müssen 1 ergeben. Und die 3 hier, der, der und den, den ich noch nicht gezeichnet habe. Ups. Die müssen natürlich auch 1 ergeben. So. Insgesamt. Es kann auch mal eine Wahrscheinlichkeit geben, dass das 0 da steht. Aber dann muss trotzdem die restliche Summe 1 ergeben. Okay. Da ich jetzt zu faul bin, die hier alle hinzuschreiben, ihr könnt es gerne selbst auch mal ausfüllen und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das ist eine gute Übung. Man kann das Ganze auch als Matrix darstellen. Dann wäre zum Beispiel die Zeile, der Ursprungszustand, also von Sonne. Normalerweise nummeriert man die Dinger durch. Hier steht dann Zustand 1, 2 und 3. Das heißt, Zeile 1 wäre von Sonne auf Zeile 1 wäre wieder zu Sonne. Das heißt, wir haben diesen Pfeil hier. Von Sonne auf Sonne. Dann würde der Eintrag hier lauten eben 0,9. Also genau das, was hier steht. Während Zeile 1, Spalte 2, wenn das hier der zweite Zustand ist, dann wären wir eben bei dieser 0,09. So kann man eben diese 3 x 3, weil eben drei Zustände diese Matrix ausfüllen. Gut. Ja, man kann jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen mehr machen. Nämlich man kann die ganzen Zustände nach Zeitpunkten labeln. Das heißt, der Zustand 0, das schreibt man dann oftmals im Index. Also sowas wie Z0. Oder, ja, das wäre dann Zustand 0 ist gleich, da muss ich natürlich wieder hochgehen, ist gleich Sonne. Das würde bedeuten, zum Zeitpunkt 0, also am Anfangszeitpunkt, haben wir diesen Zustand hier, den Sonnenzustand gesehen. Dann kann man das Ganze natürlich noch zeitlich weitermachen. Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2 und so weiter und so fort. Upsala, tut mir leid. Okay. Brauchen wir aber gerade nicht. Was wir jetzt noch machen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine gewisse Ausgabesequenz, also eine von diesen Markov-Ketten eben zu brechen. Und da einfach mal als Beispiel, ich mache das gerade mal hier seitlich, damit wir auch alles sehen können. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir den Zustand Sonne, Sonne und Wolken beobachten, wollen, genau, Wolken, das habt ihr zum Glück nicht gesehen, ist schon außerhalb eures Sichtbereichs. So, dass wir diesen Zustand hier beobachten, gegeben, dieses Modell hier, ich habe es jetzt einfach mal nur Modell genannt, hier steht Modell mit Doppel-L noch am Ende, aber ich möchte es nicht weiter reinschieben, sonst wird es unschön. Ich schiebe es doch mal darunter. Okay, so, jetzt können wir hier die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir Sonne, Sonne und Wolken angucken. Also zum Beispiel eine Stunde Sonne, dann noch eine Stunde Sonne und dann eine Stunde Wolken. Die Wahrscheinlichkeit wäre dann 0, also erstmal 1, weil wir nehmen einfach an, dass wir im Zustand Sonne starten. Deswegen 1 direkt am Anfang mal und dann die Übergangswahrscheinlichkeit von Sonne auf Sonne. Das heißt 0,9, also mal 0,9 und dann nochmal mal, nämlich von Sonne auf Wolken jetzt, also hier 0,09. So, und wenn wir das jetzt ausrechnen, kommt 0,081 raus, was ihr schon wieder nicht mehr sehen könnt. So, und das heißt, wir haben jetzt die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass wir direkt diese drei Zustände nacheinander beobachten. Also Sonne, dann nochmal Sonne und dann Wolken. Und so kann man das natürlich machen für beliebig lange Ketten, die irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, ist völlig egal. Dann kriegt man dann halt irgendwann immer was Unwahrscheinlicheres raus. Ich meine 0,081 ist wirklich wenig. Aber ja, so läuft das Ganze. Ja, und das sind diskrete Markov-Modelle. Jetzt bei den Hidden Markov-Modellen, da nehmen wir noch ein paar Zustände weg. Und das Ganze wird ein bisschen geheimnisvoller. Okay, das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.